Wie Marleen mit diesen drei Outfit-Tipps ein perfektes 20er-Jahre-Outfit kreiert bekommen hat, verrate ich euch gleich. Doch zuvor noch der Hinweis in die Video-Infos oder in der Beschreibung verrate ich euch, wie Marleen das Outfit bis zu 87% günstiger bekommen konnte. Und am Ende des Videos habe ich noch eine spannende Überraschung für euch. Marleen war schon seit Längerem auf der Suche nach einem Flapperkleid, quasi ein Charleston-Kleid, der typische 20er-Jahre-Outfit-Stil. Und sie hat halt nicht alle Accessoires und das perfekte Kleid gefunden und hat mich schon fast verzweifelt angeschrieben, ob ich ihr ein Outfit wie dieses hier kreieren kann. Und da habe ich ein Kleid für sie gefunden, was nach 20er-Jahre schreit, aber das ist ein modernes. Und wie ihr seht, ist es natürlich schwarz. Warum? Weil es natürlich erstmal wunderschön schlank macht und eine wunderschöne verspielte Taille hier herausgezaubert wird, weil durch diese vielen, vielen langen Franzen ist es auf der einen Seite verspielt und man erkennt wunderschön dadurch diese schöne Taille in diesem Kleid und macht es zu etwas, ja, aus der Vergangenheit her. Und ich verspreche euch, mit diesem Kleid werdet ihr jede Bewegung von euch, ja, zehnfach spüren. Und die Blicke der anderen Leute, weil es ist einfach dieser typische 20er-Jahre-Stil. Und was jetzt hier noch obendrauf gekommen ist, obwohl es eigentlich auch so die 20er-30er-Richtung war, das Oberteil besteht aus einer wundervollen verzierten Spitze, was ein bisschen Haut herausplitzeln lässt, aber trotzdem adrett wirkt, weil damals in den 20ern war ja noch alles ein bisschen nicht zu heute. Und deswegen habt ihr hier genau das perfekte Kleid. Und wenn es euch interessiert, schaut einfach jetzt mal hier drauf und dann seht ihr, was dieses Kleid wirklich kostet. Das ist der Hammer. Und damit wir das Ganze perfekt machen, habe ich natürlich noch die Accessoires herausgesucht. Und da kann ich euch hierzu einen Pömp empfehlen, der von den Kontrasten lebt. Nicht ein schwarzer, nein, sondern in diesem, ja, bäischen Champagnaton, dass da ein bisschen verspielter Kontrast reinkommt und dadurch ihr nicht nur einen wunderschönen Fuß und ein ebelganges Bein bekommt, sondern das Kleid nochmal richtig ihr Haus gehoben wird, dass es noch mehr auffällt. Und der Schuh. Ja, den kriegt ihr nicht irgendwo, sondern genau hier einfach draufklicken und ihr werdet ja überrascht sein, was ihr da noch schönes findet. Und jetzt, was braucht noch jede Frau? Natürlich eine Handtasche. Und jetzt empfehle ich euch nicht irgendeine, sondern eine Handtasche, die genau zu diesem Kleid passt. Denn ihr seht sofort eine Franzen-Handtasche. Quasi der gleiche Stil und nicht ewig groß, sondern relativ schlicht und klein. Aber wiederum durch die Franzen passt sich diese Handtasche perfekt in dieses Kleid ein und ist aber quasi nicht der Eyecatcher, sondern einfach im Kleid drinnen. Warum, verrate ich euch gleich. Denn der letzte Outfit-Tipp ist dieses E-Pünktchen sozusagen. Aber nochmal der Hinweis, bei so einem Kleid lieber eine Handtasche wählen, die sich perfekt ins Kleid integriert und ihr aber trotzdem noch genug reinbekommt und nicht ewig nach dem Schlüssel oder Handy suchen müsst. Und ja, auch diese Handtasche gibt es nicht irgendwo, sondern genau bei dem Partnershop, den ich hier gefunden habe, zu einem Spechelpreis für euch. Und jetzt komme ich zu diesen versprochenen E-Pünktchen. Denn zu so einem wunderschönen Outfit gehört natürlich ein wunderschöner Schmuck. Aber hier habe ich nicht eine Kette oder so Hause, sondern ein Schmuck-Set, was wieder von den Kontrasten lebt wie beim Pömp. Und diese Perlenkette ist halt ein Dreier-Set. Mit Ohrringe, Arm-Rife und die Kette. Und dadurch, dass diese Perlenkette sowieso aus typischen 20er-Jahre herkommt, auch dieser Kontrast wird da aus. Und somit habt ihr ein Outfit, was perfekt im Einklang ist. Schwarzes Kleid, schwarze Handtasche, helle Pöms und weißer Schmuck oder fast weißer Schmuck. Und dann habt ihr ein wunderschönes Spiel und könnt damit auf eine Party gehen oder sogar auf eine 20er-Jahre-Party und seid das Highlight des Abends. Das verspreche ich euch. Und wie versprochen habe ich dann noch eine Überraschung für euch. Denn so ein wunderschönes Outfit, was ich jetzt hier für Marleen entworfen habe und kreiert, könnt ihr genau auf euch zugeschnitten bekommen. Von mir kostenlos. Wie? Ganz einfach. Schreibt mir jetzt unten in die Kommentare so genau wie möglich, zu was für einer Veranstaltung ihr geht, wie ihr aussieht und dann kann ich vielleicht morgen schon so ein wunderschönes Outfit genau auf euch zugeschnitten online stellen. Und damit ihr das nicht verpasst, könnt ihr mich jetzt hier einfach irgendwo, wo ihr es seht, abonnieren und folgen und verpasst in Zukunft kein so ein wunderschönes Outfit und die zugehörigen Deals und Sales nicht mehr. Ist das ein Deal? Bis zum nächsten Mal.